Hi, ich bin Lucia. Ich nehme euch heute mal mit an meinen Arbeitsplatz bei AHP Merkle. Ich gehöre zum Team der Assistenz der Geschäftsleitung. Zu zweit unterstützen wir die Geschäftsleitung in allen Bereichen, vor allen Dingen in der Terminplanung, Reiseplanung oder natürlich auch Schriftverkehr. Ebenso hier finden die Planungen der Events für interne und externe Events statt, aber auch die Messeplanung für In- und Ausland. Hier laufen sozusagen die Fäden zusammen und wir versuchen hier immer gut aufzutreten nach außen hin. Auch sind wir Anlaufstelle für unsere Mitarbeiter bzw. Kollegen und Kolleginnen, wenn sie einen Termin bei der Geschäftsleitung benötigen. Wir haben hier einen sehr abwechslungsreichen Job zu machen, neben den klassischen Assistenzaufgaben fällt täglich immer doch was Neues und anderes an. Also wir haben viel Spaß.